...eine Zeiten haben sich geändert und es gibt inzwischen auch bei den Eurokesen Gleichberechtigung. Und früher haben die Frauen ihre Füße nie vom Erdboden weggenommen, weil sie waren immer mit der Erde in Kontakt. Und inzwischen gibt es diese Form des Tanzes auch für die Frauen, auch im Wettbewerb und es ist natürlich wesentlich eleganter und jetzt werdet ihr gleich sehen, warum die solche Kleider haben. Davon möchte ich unbedingt mal eins, I want a dress, die Mädchen in ihrer Version vom Smoke Dance. Musik Musik